So Freunde, heute mal wieder ein weiteres Uncut-Video. Heute zeige ich euch mal den neuen Bitpanda Spotlight Token, der jetzt gelistet wurde und in den nächsten Tagen auch schon, ja ich denke morgen, übermorgen, wenn ihr das Video jetzt seht, erscheint und gelauncht wird. Also tragt euch jetzt noch schnell ein bei Bitpanda. Und ja, das könnt ihr auch jetzt wie gesagt in der App machen, braucht ihr nicht mehr an PC. Ihr könnt es einfach ganz entspannt am Smartphone machen, auf Folgen drücken und ihr seid dabei. Und wenn ihr Best haltet, dann könnt ihr es eben machen. Heute gucken wir uns mal den neuen Token, wie gesagt an, Solo Janik. Und genau, ich werde jetzt in der nächsten Zeit mehr Uncut-Videos bringen oder ausschließlich nur noch Uncut-Videos, weil ich derzeit nicht so viel Zeit und auch Motivation habe zum Cutten. Allerdings habe ich trotzdem Bock, Videos für euch zu machen. Und ich habe euch ja gesagt, ich mache ja immer, wenn ein neuer Bitpanda Spotlight Token erscheint, ein Video darüber und darauf habe ich auch immer Bock. Also fangen wir jetzt direkt an. Advantage, Tokenization, Solutions for Institutionen. Also jetzt übersetzt heißt das Institution. Book Strategy Session, okay. Also ich habe ganz kurz mal, schon mal gestern wollte ich eigentlich aufnehmen, habe ich halt deswegen kurz die Website schon geguckt. Ich glaube, Solo Janik konzentriert sich sehr auf Tokenization. Das ist denen ganz wichtig, hier steht auch Tokenization Demo. Hier kann man sich einloggen, einen Account machen. Und auf jeden Fall Solo Janik ist ein Airdrop von XRP, also Whipple XRP. Müssten die einigen, oder müssten eigentlich jeder kennen, der im Cryptospace unterwegs ist. XRP, eine der größten Kryptowährungen, die es gibt. Unlock the potential of digital assets with tokenization. Elevate your business with the premier asset tokenization suit, developed for the global financial market on one of the fastest blockchain networks. Manage liquidity across all markets. Access a wide range of assets, such as stocks, ETS, shares and real estate, also immobilien, real estate, immobilien, was ich weiß. Launch funding rounds for businesses of all size using blockchain technology. Maintain control of assets, bla bla bla, und so weiter. CBDC, tool, custom built tokenization. An innovation solution, compatible with any exciting central bank digital currency, also CBDC, sandbox. Genau. Also hier, ich lese einfach nur vor, was hier steht, aber ich denke, ihr könnt es auch selber lesen. Ich kann hier gerade mal versuchen, das auf Deutsch Deutsch zu übersetzen. Ich hoffe, das ist einigermaßen eine gute Übersetzung, damit wir das Ganze auch in Deutsch sehen können. So. Also an manche, die vielleicht nicht so gut Englisch können. Zugriff, eine breite Palette von Vermögenswerten wie Aktien, ETFs, Aktien, Aktien, ETFs, Aktien, ah, perfekt. Okay, das ist zweimal, naja gut. Finanzierungsrunden für Unternehmen allergrößten mit Blockchain-Technologie. Das machen sie unter anderem, oder haben sie als Ziel. Erleichtern, Bruchhandel, Verbesserung der Erschwinglichkeit und Marktzugänglichkeit. Pflegen, Kontrolle der Verwahrung und Vermögenswerten oder Reduzierung von Risiken, Verbindlichkeiten, an denen Benutzer Tokenization Assets abheben können. CBDC, eine innovative Lösung, die mit allen vorhandenen kompatibel ist, also die kompatibel mit CBDC, also digitalen Zentralbanken kompatibel ist. Dieses Tool wurde speziell auf die besonderen Bedürfnisse von Finanzinstituten, Bankiers, Bankern, sage ich jetzt einfach mal, und Regierungen zugeschnitten. So, dann sehen wir auch noch hier, benutzerdefinierte Tokenisierung, nahtlose Integration, dezentrale Architektur, Skalierbarkeit, also Skalierbar, vollständige Customization, also vollständige Anpassung und unterstützt von den XRP Ledger Networks. Zensurresistente Transaktionsverarbeitung, schneller und effizienter Konsensalgorithmus, Transaktionsabwicklung in 4 bis 5 Sekunden, erweiterte Kryptografie sorgt für überlegene Sicherheit. Also, ich habe mir, wie gesagt, das alles schon ein bisschen gestern angeguckt und muss sagen, hier sind auch die D-Apps, also die dezentralen Apps, die hier im Ökosystem von Sologenic derzeit sind. Da ist einmal eine DEX, also eine dezentrale Exchange, was die hier, ja, sage ich mal, haben, seht ihr auch schon hier, eine DEX, Start Trading, könnt ihr dann da drauf. Dann seht ihr, hier gibt es auch für Smartphone, dann könnt ihr hier halt so eine Trading-Übersicht, seht ihr halt ganz normal, wenn die verschiedene Krypto-Paare handeln. Und dann gibt es hier noch die Solo, also Brieftasche, in dem Fall jetzt Wallet, die Sologenic Wallet, dezentral und, äh, dezentralen Austausch und Wallet, also, ja, Austausch von Krypto-Bährung und gleichzeitig eine Wallet, könnt ihr hier Daumen nachdenken, für iOS oder Android, für euer Smartphone. Und, ja, das ist soweit die zwei Sachen, die bisher im Ökosystem, sage ich mal, als die Apps, die hier haben. Und, ja, ich finde es, ähm, es ist ganz okay, das Projekt, es gibt halt einfach unglaublich viele Projekte, wie ihr selber wahrscheinlich wisst. Und da bei jedem zu sagen zu können, das ist geil, das ist übel geil, das geht einfach nicht. Und ich habe jetzt hier so ein Projekt, wo ich, ähm, es ist nicht das erste, ich hatte auch schon in der Vergangenheit, wo ich andere Bitpanda Spotlight, ähm, Assets vorgestellt habe, gesagt, ähm, oder vielleicht auch nicht in den Videos zwar gesagt, aber mir so gedacht, ja, ist ganz okay, aber es ist jetzt nichts, wo ich mir, wo ich jetzt irgendwo noch mehr reininvestieren würde. Aber, genau, äh, Sologenic ist auch so ein Projekt für mich, wo ich nicht unbedingt, äh, jetzt mehr reininvestieren würde. In der Vergangenheit, zählen wir kurz auf, fassen wir zusammen, kamen jetzt auch schon ziemlich interessante Bitpanda Spotlight Assets. Ihr könnt mal schreiben, was euer Favorit bisher war. Und mein Favorit war tatsächlich, glaube ich, von allen, die so kamen, Veracity. Grund einfach dafür, ich, ja, ja, spezialisiere mich hier auf dem Kanal auch, und auch in meinem privaten Leben auf, ähm, Crypto Gaming, weil ich glaube oder mir ziemlich sicher bin, dass das in der Zukunft extrem groß wird. Ich investiere ja auch, ähm, ja, eigentlich in zwei, drei große Krypto-Projekte oder beziehungsweise große Anteile, nicht in große Krypto-Projekte, das wäre doof, aber große Anteile. Und, ähm, investiere natürlich auch in Bitcoin, aber auf jeden Fall in Illuvium und Galagames auch direkt nach Bitcoin am meisten aus meinem Portfolio. Und deswegen fand ich Veracity einer der besten Bitpanda Spotlight Tokens, die bisher rauskamen. Und ich fande auch ganz gut LF Zero, war auch ganz, ja, solide. Ähm, aber Veracity, da konnte ich mich am besten mit identifizieren. Aber schreibt gerne mal, was euer Favorite Bitpanda Spotlight Asset Token war bisher. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, habt noch einen wundervollen Tag und ciao, ciao.